Heyho und danke fürs Einschalten bei Gekku. In diesem Video geht es um eine Top 10 Liste der Games, die ich 2022 zum ersten Mal durchgespielt habe. Eine Liste aller in Frage kommenden Spiele findet ihr in der Videobeschreibung. Los geht's! Life is Trains 2 hat zwar einen unnötig überdramatischen Start, im Laufe der 5 Episoden reicht das Spiel dafür immer wieder an den Zauber der Geschichten um Max und Chloe heran. Dies wird auch durch Seans Drang zum Zeichnen unterstützt, der an Max Fotos erinnert und ebenso Lust weckt, den Stift in die Hand zu nehmen. Statt wie ihm Vorgänger durch die Zeit zu reisen, kann Seans Bruder Daniel Macht beherrschen, der an die Force aus Star Wars erinnert. So entsteht eine abwechslungsreiche Geschichte auf der Reise nach Mexiko, die unterschiedliche Enden für jeden Geschmack bereithält. Teil 2 sagte mir zudem wesentlich mehr zu als True Colors. Zugegeben, ein Gacha-Game wie Final Fantasy Record Keeper kann man nie wirklich durchspielen, da es stetig mit neuen Inhalten versorgt wird. Zumindest bis September 2022, denn dann war Schluss für die westliche Version des Spiels. Bis dahin habe ich es über sieben Jahre regelmäßig gespielt, mich zahlreich in Herausforderungen gestellt und auch den Story-Modus sehr geliebt. Dabei taucht die Hauptfigur nacheinander in verschiedene Final Fantasy-Welten ab und interagiert mit deren Hauptfiguren. Final Fantasy Record Keeper war eine Liebeserklärung an viele Jahre mitreißender Handlung der beliebten Rollenspielreihe und hob den Pixel-Stil von Final Fantasy VI auf ein modernes Level. Alle, die sich noch nicht losreißen können oder konnten, spielen die japanische Version, die scheinbar noch ausreichend finanziert wird. Es ist zwar schade, dass es das Spiel im Westen nicht mehr gibt, doch rund 30 Euro für eine Lootbox ohne Garantie, dass die Items darin einem weiterhelfen, ist einfach zu viel. Yay, nach Amiibos, Skylanders und Lego Dimensions noch ein Spiel mit Figuren und Sachen, die sich physisch dazukaufen lassen. So war ich zunächst sehr abgeschreckt von Starlink Battle for Atlas. Doch mit der digitalen Version, in der einige Schiffe, Waffen und Piloten für taktische Vielfalt freigeschaltet waren, konnte mich der Titel für die Dauer der Story unterhalten. Mit hoher Geschwindigkeit über die Planetenoberflächen zu huschen und rumzuballern, macht Laune. Auch optionale Wettrennen tragen zum Geschwindigkeitsgefühl bei. Zudem ist das Spiel relativ verzeihend, wenn man mal etwas rammt. Da verliert das Schiff nicht direkt einen Flügel wie Fox McClouds R-Wing oder explodiert nicht wie ein X-Wing. Auch mit den Individualisierungsoptionen für Waffen und Fähigkeiten punktet es sehr. Entwickler Tiny Roar aus dem schönen Hamburg schuf ein Spiel, das an die alten Zelda-Titel erinnern soll. Das ist Xel. Die absolut nicht stumme Protagonistin strandet in einer fremden Welt und muss sich wie der Spieler alles zusammenreimen. Mit Schwert und Schild bewaffnet werden so hilfreiche Gadgets gefunden, um Rätsel zu lösen und immer weiterzukommen. Xel bietet einen moderaten Schwierigkeitscard und Bosskämpfe, die einen richtig glücklich machen. Aufmerksame Spieler können wie im großen Vorbild weitere Herzcontainer und Ausdauer-Buni finden, die sich mal offensichtlich hinter Wasser fällen, aber auch mal hinter Puzzlen verbergen. Wer ohnehin auf das nächste Zelda wartet, sollte Xel spielen. Sonys Antwort auf Mario ist nicht besser als die Klempner-Vorlage, aber auch nicht zwingend schlechter. Viele Elemente bei dem Jump'n'Run, Sackboy, Epic Adventure, borgt es sich bei dem Vorbild, wie das Einsammeln spezieller Gegenstände pro Level, um mit der Zeit neue Level freizuschalten oder besonders harte Herausforderungen auf Zeit. Auch Power-Ups bringen Abwechslung ins Geschehen sowie Bosskämpfe und sich selbst bewegende Level. Ein deutlicher Pluspunkt für Sackboy ist die Musik in einigen Leveln sowie die Effektmenge. Damit richtet sich das Spiel klar an eine ältere Zielgruppe, da Mario nie mit Effekten überfordert. Nach dem etwas abrupten Ende des dritten Teils kehrt Try and Fear, A Nightmare Prince, wieder zu den Wurzeln der Serie zurück. Die Perspektive ist wieder zweidimensional, die Welt so wunderschön wie eh und je und die Puzzle knackig bis entspannt. Upgrades für die Fähigkeiten der drei Helden lassen sich in beliebiger Reihenfolge freischalten. Viele Collectibles erhöhen den Wiederspielwert und auch Soja schreitet aus ihrer Außenseiterrolle im dritten Teil hervor. Wann wohl der DLC für die PS4 erscheint? Nach Release von Marvel's Avengers waren die News vor allem mit einem gefüllt. Kritik am Multiplayer-Modus. All das überschattete aber leider den sehr guten Story-Modus. Mit einer bei weitem nicht so nervigen Kamala Khan, aka Miss Marvel, wie in der Disney Plus Serie, wird das zerrüttete Avengers-Team wieder zusammengeführt. Der Austausch zwischen den Helden bleibt stets unterhaltsam und wird von einer größeren Handlung rund um den Kampf gegen AIM und deren Roboter und Söldner umspannt. Kamalas Fähigkeiten erinnern hier mehr an Monkey D. Ruffy von One Piece als an die Serienversion, was etwas sehr Gutes ist. Natürlich macht es auch Spaß mit Hulk, Thor und Iron Man herumzulaufen bzw. zu kämpfen. Vor allem Tonys Idee, mit einem speziellen Anzug von der Erde aus zu starten, in den Weltraum zu fliegen, eine feindliche Raumstation im Alleingang zu infiltrieren und danach zu retten. Wow, ein Muss für jeden Marvel-Fan. Ding, 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 ding. Hüpfen, gleiten, Feuerspeien und vor allem schöne Edelsteine einsammeln. Spyro 3, Year of the Dragon, ist ein entspannter Plattformer mit einem leicht einprägsamen Gameplay und gut versteckten Secrets. Die Level bestechen durch ihre Abwechslung, wodurch ich immer wieder gerne zum Spiel zurückgekehrt bin und nach dem erstmaligen Durchspielen der Trilogie nun mehr als bereit für einen vierten Teil bin. Crash hat ihn auch bekommen, also ist nun Spyro dran. Oder Activision? Jeder Besitzer einer Playstation 5 hat Astro's Playroom vorinstalliert. Das relativ kurze Spiel zeigt bestens, was der DualSense Controller alles kann. Als Schauplatz wird das Innere der PS5 besucht und Astro entdeckte in den verschiedenen Bereichen der Konsole die Geschichte seit der ersten Playstation inklusive etlicher Peripherie. Auf Astros Reisen können aufmerksame Spiele außerdem viele Easter Eggs finden. Kratos, Joel & Ellie, Crash, Spyro, Aloy und viele mehr. Fans von Playstation gehen bei Astro's Playroom voll auf und haben einfach eine gute Zeit. Die beste Videospielzeit vergangenes Jahr hatte ich mit Guardians of the Galaxy. Kein anderes Spiel hat mich mit seinem Humor so gut unterhalten wie dieses reine Singleplayer-Spiel rund um Star-Lord und seine verrückte Truppe. Die Handlung ist komplex, wird nicht langweilig und zieht sich über zahlreiche Spielstunden und Orte. Entscheidungsmöglichkeiten an vielen Stellen sorgen außerdem für Wiederspielwert und so sehen, wie die Crew dann miteinander und Star-Lord gegenüber agiert. Von der Erde bis zum Ende des Universums geht die Reise der fünf Anti-Helden, die unfreiwillig zur einzigen Hoffnung für die Galaxie werden. Das Kampfsystem wird durch regelmäßige Upgrades aufgepeppt und durch die Kommentare der Truppe wird es ohnehin zu keiner Zeit langweilig. Definitiv ein Spiel, das ich nach meinem Durchgang auf der PS4 erneut auf der PS5 spielen werde. Was sind eure Favoriten? Schreibt es mir in die Kommentare. Like, comment and subscribe. Euer Gekku. Ciao, ciao.